Äh, so hallo, der Schlachtenbus kommt gleich und damit herzlich willkommen zurück zu Fall, äh, Fall Guys, Quatsch, äh, nicht Fall, gar nichts mit Fall, äh, Fortnite, Fortnite heißt das Spaß, letztes Mal haben wir Darth Vader erledigt, jetzt müssen wir mal gucken, wie es mit Wipes weitergeht, dafür müssen wir erst wieder eine Geräteverbindung etablieren, deswegen setze ich mir jetzt mal eine Markierung und verfolge mal jetzt erstmal eine Geräteverbindung zu erstellen. Das ist ja erstmal kein Ding und dann müssen wir gucken, was der Auftrag wird, ob wir das dann gleich mitnehmen können oder halt noch nicht, ne, so, genau, der übliche Ablauf. Gut wäre es natürlich, sich vorher schon ein bisschen auszurüsten, dass man nicht komplett hilflos ist, da drüben wäre so ein Gerät, dann gehen wir auch da hin. So, wo ist das Gerät? Da unten, perfekt, genau da wollen wir hin, dann gehen wir in das Haus und können uns da ein bisschen ausrüsten. Oh, lol. Oh, lol. Und wenn du jetzt sagst, wo du zuletzt nachgesehen hast, bekommst du einen Stromstoß. Ist mein Ernst? Es war im Meer und die derzeitige Strömung sollte es inzwischen an die Küste gespült haben, also schnapp es dir. Okay, besuche die Strandparty, wo das Sith-Holokron angeschwemmt wurde. Okay. Aber wisst ihr, was wir gerade in der Hand haben? Wir haben gerade eine Säge in der Hand und wir sind in dem Gebiet, wo es die Pilze gibt. Definitiv werde ich jetzt erstmal Pilze zersäbeln. Sieben Stück brauche ich. Let's go. Ich hoffe, wir kommen unbeschadet hier hin. Das ist kein Riesenpilz. Da ist jemand zum Quatschen, das können wir auch gleich mal mitnehmen. Da haben wir definitiv auch noch nicht gequatscht, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm. What the heck? What the heck? What the heck? What the heck? Ich will doch gar nichts von dir. Gibt's doch nicht. Mein Gott. Hab ja alles an dir verballert gerade. Jetzt muss ich aber mich hier richtig erstmal aufladen. Ach Gott, ach Gott. So. Ich hab gerade alles verballert an Munition. Das ist nicht gut. Jo, du hast nichts gesehen. Ja, nimm doch jetzt den Pilz. Ne, das ist... Ja, doch kann ich auch noch zu mir nehmen. So. Das war nicht gut, was hier passiert ist. Ich wollte doch nur zu den Pilzen. Mann. Das will ich auch nach wie vor. Das mach ich auch nach wie vor. Damn. Okay, perfekt. Genau das hab ich gesucht. Genau auf sowas hab ich gehofft. So, okay. Noch so'n Ding. Und dann haben wir erstmal wieder bisschen Schild. Okay, ich will jetzt nicht in irgendwelche Kämpfe gezogen werden, muss ich gestehen. Ich will zu den Pilzen. Ich will zu den Riesenpilzen. Lasst mich einfach in Ruhe, okay? Lasst mich einfach in Ruhe zu den Pilzen gehen. Die alle da hinten sind. Will Riesenpilze säbeln. So, los geht's. Jetzt haben wir's. Ab dafür. Zack. Ähm. Wo zählt das? Hat das nicht gereicht? Jetzt. Okay. Oha, ich brauch für einen zwei oder was? Dann muss ich die ein bisschen vorschwächen. Dann muss ich die ein bisschen vorschwächen und dann mit der Säge rein, oder wie? Weil's sonst nicht reicht. Oder hab ich einfach nur nicht gescheit getroffen? Okay, ich hab einfach nur nicht gescheit getroffen. Ist in Ordnung. Ja, okay, doch. Die säbelt ordentlich durch. So muss das. Fünf von acht. Und das waren's alle. Nice. Mission ist durch. Sehr schön. Hat lang genug gedauert, den Quatsch zu machen. Okay, ey, cool. Wir können hier gerade aufladen. Auch praktisch. Machen wir das doch fix noch mit. Mit. So. Okay, prima. Ähm. Ja, ich muss irgendeine Strandparty besuchen. Das ist sicherlich ganz woanders. Ach, da drüben ist das. Okay. Ja, da komm ich jetzt nicht mehr hin, weil da die Zone ist. Ist in Ordnung. Dann geht Vibes erstmal nicht weiter. Haben wir dann jetzt irgendeine Mission, die ich gerade verfolgen kann? Die Frage ist, wenn da drüben eine epische oder eine mythische Frucht wäre, könnte ich die pflücken? Ja, da entsteht eine epische Frucht, aber die dauert leider noch. Insofern bringt mir das nix. Wo sollte ich denn, oh ja, warte mal, wo sollte ich die denn pflanzen? Das war doch auch was. War das nicht, ah, das war hier hinten. Komm, das schaffen wir noch schnell. Hier ist nämlich gerade eine. Komm, das schaffen wir noch schnell. Wo ist das? Da drüben. Das kriegen wir hin, bevor die Zone kommt. Komm. Schnell, schnell. Okay, vielleicht hat sich's erledigt. Wo ist der? What the heck passiert hier? Da drüben. Ja. Ja, jetzt hat sich die Zone leider schon etabliert. Ja, hat sich erledigt. Schade. Dann gerade halt nicht, das Pflanz, das Saat kann pflanzen. Dann wird's halt gerade nicht gepflanzt. Schade, aber ich kann's nicht ändern. Wäre wahrscheinlich auch so ein bisschen knapp geworden, ne? Ja, okay. Wäre ein bisschen knapp geworden. Ich geb's zu. So, aber munitionstechnisch geht's mir nichts. Oh mein Gott, okay. Zählt das als Pistolenschaden? Ist der einfach weg? Zählt das als Pistolenschaden? Ja, perfekt. Nice. Hammersturmgewehr, das brauchen wir auch. Okay, dann jetzt Saatkon ersetzen, weil braucht man nicht mehr. Und ich hab noch, jetzt hab ich 52 Schuss mit der Pistole. Okay, vielleicht schaffen wir die Pistolenmission. Vielleicht schaffen wir die Pistolenmission. Das wär auch nicht schlecht. Die Säge kann weg. Die Säge kann weg. Ich würd mal den Schilddrang aber noch mitnehmen. Dann geben wir, was ist das hier? Ja, das Kampfsturmgewehr können wir abgeben. Ich brauch das Hammersturmgewehr. Für Kopfschuss. Haben wir. Und die Pistole für normalen Schaden. Sehr, sehr gut. Aber zählt hier nicht nach. Das zählt nicht als Pistolenschaden. Fürchte ich. Nee. Okay, aber wir müssen auch weiter. Weil Zone. Wohin geht das? Okay, es ist ein bisschen. Bis Tilted Towers muss ich kommen. Die Frage ist, ob da oben noch ein Auto ist, weil das ist eine Tankstelle. Vielleicht ist da oben noch ein Auto. Es sind überall solche Saatkörner. Also die kriegt man hier relativ gut zusammen. Hier ist noch ein Auto. Optimal. Optimal. Wo fahr ich denn hin? Hilfe. Hilfe. Ich fahr ganz komisch. Okay, jetzt passt's. Ja, dann ist es jetzt auch gar nicht so weit, hier rein zu kommen. Okay. Wo ist denn da jemand? Das ist, das ist Dings. Das ist Spot. Hat der das Feuerwerk gemacht? Man weiß es nicht. Egal. Dringen wird geschossen. Ja, ist jetzt erstmal wurscht. Ist jetzt erstmal wurscht. Wir gehen hierher. So, wir sind jetzt erstmal in der Zone. Und jetzt geht's vor allem darum, erstmal Munition zu bekommen. So muss das. Und vielleicht finde ich auch noch eine bessere Pistole. Wäre ja auch nicht schlecht. Aber ich würde vor allem auch, also den Kopfschuss würde ich gerne versuchen. Den Kopfschuss mit dem Kollegen hier. Das wäre schon ein Goal. Und natürlich Gold sammeln. Geht immer. Okay, hier landet gleich einer irgendwo. Schisch! Halleluja! Das ging ab. Okay, ja, damit habe ich nicht gerechnet. Gut! Habe ich jetzt endlich den Kopfschuss bekommen? Scheinbar nicht. Nein, habe ich nicht. Mist! Okay. Okay. Habe ich nicht bekommen. Ist aber in Ordnung. Ist nicht so dramatisch. So, wir sehen uns gleich wieder. So, der Schlachtenbus kommt gleich. Wenn wir es hinkriegen sollten, würde ich natürlich zu dem Strand gehen. Und das verfolgen. Okay, das läuft perfekt. Da können wir darüber segeln. Ja, das machen wir. Wir segeln dann hier. Und von hier aus darüber. Das ist optimal. Da können wir auch richtig weit segeln. Da haben wir erstmal ganz unsere Ruhe. Sehr schön. So machen wir es. Und raus. So machen wir es. Dann gehen wir da auf jeden Fall hin. Was auch immer wir da tun müssen. Aber das heißt ja, du besuchst die Strandparty. Also viel muss man da scheinbar nicht machen. Und dann mal gucken, was sich so ergibt. Wir können jetzt vor allem auch erstmal ein bisschen Pilze nutzen. Diese typischen Schlürfpilze, um ein Schild aufzubauen. Das ist ja immer ganz gut. Oh, hier werden übrigens auch Geysirer. Die sind also nicht nur in dieser einen Lücke, sondern die sind hier auch so ein bisschen versteckt. Good to know. So geht's erstmal los mit einer Stachler-Maschinenpistole. Ist ja schon mal eine gute Voraussetzung. So. Wo ist meine Markierung hin? Hä? Wie schaffe ich denn das, dass immer meine Markierungen verschwinden? Ich check das gar nicht. Irgendwie schaffe ich das, dass die immer verschwinden. Ich weiß nicht wie. Aber es ist egal. So. Wir gehen jedenfalls erstmal eine Runde zum Strand. Da ist ein Boot. Okay. Ah, da ist schon ein Schlürfpilz. Gib mir Schilde. Dankeschön. 15 sind das immer. Okay. Nicht viel, aber besser als nix. So. Okay, hier ist der Strand. Perfekt. Okay, den soll ich nur besuchen. Ja, das war's. Untersuche Hinweise zum Standort. Okay, jetzt sind hier drei Ausflugzeichen aufgetaucht. Das heißt, wir bleiben eine Weile hier. Okay, sehr schön. So. Hinweise zum Standort. Nummer eins. Scheinbar ein Hinweis. Nimm ihn lieber mit. Wie, nimm ihn mit? Okay, geht nicht. Ich habe jetzt mehr Fragen als Antworten. Okay. Und da drüben ist noch eins. Okay. Genug gesehen. Ich statte diesem Achterbahn-Typ meinen Besuch ab. Das scheint ganz ein Ding zu sein. Okay. So, da ist noch ein Schlürfpilz. Da wäre eine Pistole. Aber eine kleine. Also, weiß ich nicht. Ob das so cool ist. Ist noch ein Boot. Auch nicht so spannend. Mehr Munition ist gut. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Okay, das ist ganz woanders. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Äh. Okay. Wo wäre der nächste Wipes-Auftrag? Wo müssten wir jetzt wieder eine Geräteetablierung erstellen? Da drüben. Nur die zwei gibt es. Nur die zwei. Okay. Kann ich jetzt also knicken. Gut. Also, nicht gut. Aber, okay. Ähm. Jetzt ist die goldene Frage. Wie begeben wir uns am schnellsten da wieder nach innen? Ich würde sagen, wir fahren eine runde Boot. Komm. Abflug. Und zwar in diese Richtung. Weil dann sollten wir vom Weg her. Sollten wir eigentlich ganz gut. Von der Zone wegkommen. Oh, ist das laut. Das ist echt sehr laut, ne? So. Aber wie gesagt, wir begeben uns von der Zone weg. Das passt. Und hin zur richtigen Zone. Auch das passt. So. Jetzt geht es in den großen Fluss. Schaut it. Einfach mal ein bisschen ärgern hier, die Kollegen. Okay, ich glaube, ich habe sie genug geärgert. Okay. Ich glaube, jetzt ärgert er mich. Egal, ich wollte Pistolenschaden mitnehmen. Wie viel habe ich erwischt? 457? Na gut, hätte mehr sein können. Hätte mehr sein können. Okay, ist in Ordnung. Ach ne, 557. Okay, 100 mehr. Gut, gut, gut. Sehr, sehr, sehr schön. Dann passt das doch. Dann passt das doch. Okay. Dann, ähm, eine Runde können wir noch machen. Dann hören wir auf. So. Wir sind wieder am Start. Die Geschichte wäre jetzt die, dass ich am besten eine Etablierung... Ja, hier kommen wir hin. Wir kommen hier hin. Sehr gut. Sehr gut. Dann machen wir hier eine Geräte-etablierung. Wobei, lieber dahinter. Lieber dahinter, da ist vielleicht noch nicht so stressig dann. Ist vielleicht noch nicht so viel los. Ich würde mir vorstellen, ja, doch. Ich denke, da ist mehr Ruhe. Ich denke, da drüben ist mehr Ruhe. Ich muss ja nur etablieren. Danach erfahren wir ja, was der Auftrag ist. Und dann ist erstmal egal. Okay. Let's go. So, wie gesagt, ich will hier gar nicht landen. Ich will bis da rüber. Sehe ich da schon irgendwo den, den Dings? Ja, hier ist er. Da ist er. Perfekt. Okay, was ist die Mission? Sammle jeweils eine Anomalie in Lockjam Lotus. Also hier eine und hier eine. Dann muss ich da auf jeden Fall hin. Ich muss hier eine Anomalie finden. Okay. Die liegen ja auch einfach so rum, so Anomalien, ne? Kennt man. Ja, da drüben wird geschossen, was nicht so gut ist. Aber ich glaube, am Boot selber habe ich Ruhe. Aber da. Das war nicht ganz der Plan. Nee, das braucht man nicht. Ich denke, hier selber habe ich Ruhe. Ich habe halt noch keine Waffe, so das ist das Problem. Aber wem sage ich das? Da, okay. Wir sammeln kurz die Anomalie und dann ist auch gut. Oh ja. Das ist nichts für den Wissenschaftler. Er hat ganz besondere Allergien. Okay, sehr gut. Wichtig. So, erstmal eine Waffe. Nicht, nicht die beste, aber eine Waffe. Okay, eine bessere Waffe. Sehr schön. Okay, unten ein guter Schild. Trank. Und dann kann man hier gleich noch die Kiste öffnen. Okay, dann gehen wir erstmal den Kollegen hier zu uns. Wo sind wir jetzt hin? Müssen wir mich verarschen. Hä? War der nicht gerade bei mir? Der hat halt auf mich geschossen. Ist der jetzt einfach raus? Okay. Meinetwegen. Dann hat er wohl kein Interesse mehr an mir, aber vielleicht ich an ihn auch. War ein Fehler zurückzukommen. Es war ein Fehler, zurückzukommen. Okay, ist hier irgendwo eine Waffe dabei, die ich nutzen will, kann, müsste? Nee. Ist in Ordnung so. Ist in Ordnung so erstmal. Was bist du? Okay, die können wir ersetzen. Okay. In der Runde komme ich jetzt halt nicht mehr zu dem anderen, zu der anderen Anomalie hin. So, aber das ist jetzt auch erstmal wurscht. Das ist jetzt auch erstmal egal. Munition. Pistole. Grüne Pistole. Sehr schön. Damit können wir wieder Schaden machen. Wir müssen nur jemanden finden, an dem wir Schaden machen können. Wäre hier ein Ort, wo ich was pflanzen soll eigentlich? Wait a moment. Ne, da drüben wäre das. Okay, aber auch das können wir angehen. Auch das können wir angehen. Dann machen wir das jetzt. Weil dann hole ich mir da oben ein Saatkorn. Dann hole ich mir jetzt da oben ein Saatkorn. Und dann begeben wir uns da rüber und versuchen das da zu pflanzen. Dann wäre auch die Mission endlich weg. Die haben wir schon seit Ewigkeiten. Ähm. Ich wollte dich schon gerne mitnehmen eigentlich, ne? So, wir ersetzen mal den hier. DMR. Ne, das ist Strikersalben gewählt erstmal. Das ist in Ordnung. Okay. So, dann hole ich jetzt nämlich mein Auto zurück. Was ja vor dem Schiff parkt. Wenn es da noch parkt. Und nicht schon das Auto von jemand anderem geworden ist. Doch, es ist noch da. Sehr schön. Und dann fahren wir eine Runde. Zu dem blauen Markierungsdings. Let's go. Dann pflanzen wir da ein Saatkorn. Und dann, äh, ja. Will ich da nicht weihe. Wir fahren außen rum. Wir fahren außen rum. Das erscheint mir schlauer. Ja. Das erscheint mir durchaus schlauer. So, jetzt kann ich hier reinfahren. Das ist jetzt ein Weg. Ja. Und jetzt habe ich aber auch genug Speed, um hier hochzukommen. Ui. Ui. So, Feier des Tages, verfeuern wir noch unseren Treibstoff komplett. Okay, perfekt. So, jetzt muss ich nur hier das Saatkorn pflanzen. Genau hier oder wo? Einfach hier? Saatkorn? Zack. Jawoll. Nice. So. Jetzt wieder Pistole auswählen. Die wollen wir vielleicht eventuell gleich nutzen können. Müssen. Okay. Ein Rasenmäher habe ich auch noch nicht gesehen. Lull. Ach, die ist da drin. Uh, das ist so ein Scharfschützen-Ding. Machen wir mal so. Da oben ist noch eine. Mich würde es ja nur reizen, noch das Hammersturmgewehr zu finden. Wegen dem Kopfschuss-Missionen-Teil. Den ich immer noch nicht erfüllt habe. So. Okay. Oh, da kommt einer auf einem Pferd. Oder Pferd, auf einem Tier halt. Wo ist der? Der muss doch hier sein. Hä? Ist der von mir weggeritten? Wahrscheinlich. Da drüben. Ja, schade. Brauche ich nicht mehr hinschießen. Brauche ich nicht mehr hinschießen. Schade. Hätte ordentlich wehtun können. Ah, wir müssen aber eh hier rüber. Weil Zone wird sich in die Richtung begeben. Ne, angeln wollen wir jetzt nicht. Was ist da noch hübsches drin? Hammersturmgewehr. Ja, leck um mir. Was ersetzen wir denn? Ich meine, ist jetzt nicht so gut, das zu ersetzen. Aber, weil es grün und blau. Aber, wurscht. Ich will ja eh eigentlich hauptsächlich mit der... Was liegt hier? Ach nee, er nee. War wieder der Quatsch. Oh! Da oben. Scheiße. Scheiße. Ich meine, was du kannst, kann ich schon lange? Problem ist nur, wo kommt der her? Sehe ich den irgendwo? Ich möchte, der wird mir gleich eine verpassen. Okay, der haut ab. Der fährt da runter. Oh, das tut dort tatsächlich ziemlich weh. Hihi. Okay, das war... Das hat sehr weh getan. Aber ich habe ein bisschen Pistolenschaden, glaube ich, noch gemacht. Ich glaube, ein bisschen Pistolenschaden war noch drin. Ja, aber nicht viel. Hat sich jetzt fast nicht gelohnt. Das hat sich fast nicht gelohnt. Aber wir haben... Wir haben... Dings ein bisschen weiter gebaut. Äh, gebaut, sag ich schon. Okay, eine Runde machen wir noch, weil die recht, die recht, die recht, die recht kurz war. Und recht. So, um mein Haar, hätte ich wieder vergessen zu starten. Aber zum Glück bin ich ja nicht vergesslich. Wir müssen jetzt noch eine Anomalie finden. Und zwar hier vorne. Da gehen wir auf jeden Fall als allererstes hin. So, Abflug. Das machen wir auf jeden Fall. Die muss ich ja nur einsammeln. So, das ist ja überhaupt keine Leistung. Zum Glück ist das keine Leistung. Das geht ganz einfach und ganz schnell. Ich bin ein bisschen zu bald abgestiegen, merke ich gerade. Aber es ist okay. Na, wobei, es könnte hinhauen. Na, wir kommen doch. Wir kommen an. Wir kommen an. Alles gut. Alles gut. Wir kommen da hin. Passt. Ja, wunderbar. Wir kommen da hin. Okay, ist der Baum da unten, hat der zufällig eine epische oder eine mythische Frucht? Dann könnten wir nämlich die auch gleich mitnehmen. Oh, scheiße. Äh, wo willst du denn hin? Nee, der hat eine normale Frucht, aber ist egal. Auch die können wir kurz pflücken. Weil wir dann auf jeden Fall schon mal eine Waffe haben. Ist das sogar ein Hammer-Sturmgewehr? Nee, ist ein Ranger-Sturmgewehr. Schade. Aber hätte das sein können. Okay. Maschinenpistole und Sturmgewehr. So, ich muss nur kurz die Anomalie finden. Der Typ, der jetzt hier gelandet ist, macht mir hoffentlich keine Probleme dabei. Mehr muss ich nicht tun. Mehr will ich auch im Moment gar nicht tun. Wo soll die denn sein? Ach, da oben oder was? Ah ja. Okay. Pistole. Die Möglichkeit, Pistolenschaden mitzunehmen, wäre auch wieder gegeben. Aber kurz die Anomalie finden. Nice. Okay, Pistole. Oh mein Gott, 732 Pistolenschaden. Wir haben es fast. Das muss da unten sein, die Anomalie. Mein Gott, lass mich doch da runter. Das muss gleich hier unten irgendwo sein. Irgendwo hier. Wir sind ganz nah. Vielleicht da hoch. Vielleicht davor. Ich bin jetzt genau dort. Vielleicht auf dem Dach? Hä, ich bin jetzt genau an dem Ort, wo es hier angezeigt wird. Oder zumindest fast. Ach nee. Ach so, der Ort ist da und da ist das Ausrufezeichen. Jetzt sehe ich es. Da ist das Ausrufezeichen. Da hinten. Hier ist die Anomalie. Okay, ab dafür. Oh ja, da ist einfach ein Ruderboot. Dings. Niemand betrügt die Wissenschaftler. Denn ich habe Laser-Klingen. Okay. Verpackt nochmal. Wo habe ich die hingetan? So, jetzt wäre die nächste Frage. Ähm. Ja, jetzt wäre die nächste Frage. Wo ist die nächste Geräteverbindung? Hier. Perfekt. Wir können direkt hier eine Geräteverbindung etablieren. Sehr gut. Da sind wir ja genau richtig. Oh, das wird... Das könnte nochmal hier ein erfolgreiches... Eine erfolgreiche Runde werden. Finde ich gut. Zum einen brauchen wir nur noch einen gesetzten Schuss. Danach brauche ich erstmal die Pistole nicht mehr. Dann kann ich die erstmal wieder weg... Gedanklich weglegen. Da drüben wird geschossen. Kriege ich meinen Schuss gleich hin. Das wäre es ja. Muss nur einmal kurz treffen. Ich muss nicht jemanden besiegen oder sonst was. Ich muss nur einmal kurz treffen. Irgendwo, irgendwen. Mehr muss es gar nicht sein. Nur ein Treffer. Nee, da vorne ist ein Bot. Da hinten ist ein Hund. Ah, es ist weiter weg. Ja, komm. Wir gehen erstmal Geräte etablieren. Wir gehen erstmal Geräteverbindung etablieren. Okay, das ist näher. Da ist jetzt irgendwas kaputt gegangen. Der Hund ist kaputt gegangen. Nee, ist mir zu Risky. Wir gehen Geräte etablieren. Wir gehen Verbindung etablieren. Vielleicht finde ich dabei ja auch noch jemanden. Kann ja sein. Alter, was geht denn bei euch ab? Ja, komm ran. Ist in Ordnung. So. Geräteetablierung. Ähm, wo ist das Ding? Hä? Ich bin genau... Ah, hier. Sammle ein Trackinggerät in Synapse Station. Synapse Station ist genau daneben. Ich schalte meine Hüfte ab. König habe ich jetzt nicht verdient. Ja, easy. Ich bin zu heiß. Zu heiß. Suche in Müllcontainern nach. Weg ist es. Ich weiß, wie wir das Relikt finden können. Aber ich brauche deine Hilfe. Schnapp dir einen Tracker mit deinen Handdingern. Okay? Wenn du ein falsches Relikt erschaffst und es mit diesem Tracker ausstattest, kann ich das echte aufspüren. Ich würde ja die Seele des Diebs fressen. Aber der Wissenschaftler gibt mir meine Zähne erst wieder, wenn ich damit umgehen kann. Ja, wo sind es? Die Müllcontainern, die ich soll? Was? Ach, hier. Tilted Towers. Da sind jetzt die Müllcontainer. Bis dahin schaffe ich es aber nicht mehr. Okay, dann ist an der Stelle erstmal wieder die Runde beendet. Mit Vibes. So, Fortsetzung folgt. Okay, ähm, ja. Dann wäre es jetzt halt cool, wenn wir noch... Nein. Okay. Da ist mein Pistolenschuss. Das war's. Pistolenschaden ist da. Kurz weg. So. Damit ist das auch der letzte Indiana Jones Auftrag übrigens gewesen. Wir haben alle durch. So, wo ist der Typ hin? Will der es noch wissen? Ja, will er. Okay. Leider keine Waffe, die ich gern gehabt hätte. Was jetzt noch cool wäre, wäre, wie gesagt, dieses Hammer-Sturmgewehr-Dingens, weil damit bräuchte man noch den Kopfschuss. Dann könnten wir alles hier jetzt abschließen. Aber das wäre halt, ist halt purer Zufall, ob ich das jetzt finde. So ein Sturmgewehr. Ne, das ist es nicht. Ne, das ist es auch nicht. Okay, egal. Ja, Alter, ich hab dir nichts getan. Na, vielleicht doch. Ich weiß es nicht. So. Wo wurde grad geschossen? Auf mich? Ging das auf mich? Ne, ne? Ging nicht auf mich. Ging nicht auf mich. Okay. Ähm. Ja, dann lasst uns doch kurz mal hier hinter dem Auto gucken, was jetzt noch fehlt. Also das kann ich jetzt noch nicht machen. So. Suchen Müllcontainern geht jetzt noch nicht. Ähm. Also ist Wipes fertig. Täglich ist egal. Haben wir genug gemacht. Wöchentlich Kopfschuss mit dem Hammer. Haben wir. Greifhandschuhe nach einer Seilrutsche check ich noch nicht. Aber wir haben hier relativ viele Seilrutschen. Ich könnte mal so ein Greifhandschuhe mitnehmen. Wir nehmen mal so ein Greifhandschuhe mit. Die Pistole brauche ich nicht mehr. So. Vielleicht. Vielleicht finde ich ja eine Möglichkeit, das irgendwie auszulösen. Ich muss es nochmal lesen. Vielleicht bin ich auch einfach zu unfähig. Greife mit einem Greifhandschuhe nach einer Seilrutsche, während du in der Luft bist. Ich mach mal Auftrag verfolgen. Vielleicht bringt mir das irgendwas. Und einen Realitätssätzling da pflücken. So. Das ist, das ist. Das ist aber Zufall, wenn man eins findet mit, mit, mit Dings. Dann könnte man das nehmen. Ansonsten halt nicht. So. Aber da drüben sind ganz viele Seilrutschen. Also wir können ja mal gucken, ob wir das hinkriegen. Das wäre ganz cool. Ist hier ein Hammersturmgewehr dabei? Nö. Nö. Schade. Okay. Jetzt ist hier auch alles langweilig und uninteressant. Okay, da drüben sind die ganzen Seilrutschen. Aber wo ist eigentlich die Zone? Die ist da ja noch nicht. Wo fängt denn die an? Hilfe. Da ist die. Okay. Alles klar. Gut. Nicht gut. Oh mein Gott. Von da oben schießt der Typ. Oh, der ist aber ordentlich im Ziel. Er hat aber ordentlich hier zufuttert gefuttert. Ach, brauch ich gar nicht. Scheiße. Ach, scheiße. Ich wollte gerade noch sagen, im Gegensatz zu dir treffe ich wenigstens. Aber das hat auch nicht so hingehauen. Hier ist die Rallye. Da ist auch eine Seilrutsche. Aber greife nach einer Seilrutsche. Oh, scheiße. Ähm, hi. Was hast du denn alles dabei? Hast du was für mich dabei? Ein Hammersturmgewehr vielleicht? Nein, schade. Ärgerliche Momente. So. Hier wäre eine Seilrutsche. Mann! Wo ist denn der Typ jetzt? Man weiß es nicht. So, kann ich jetzt... Da ist hinten segelt einer rum. Okay, vielleicht war das der. Okay, ich gehe mal hier hin. Dann... Ah, ich hasse das. Da will ich mich verstecken und dann federt es einen einfach hoch. Oh mein Gott, legendärer Vogel, legendärer Vogel, legendärer Vogel. Ah, stopp! Ja, komm her, kommst du, Papa. Äh, wo ist er? Er ist direkt davor. Was hast du für mich? Okay, nice. So. Ich will kurz lesen. Greife mit einem Greifhandschuh nach einer Seilrutsche, während du in der Luft bist. Also, jetzt wäre ich in der Luft. Und wie soll ich jetzt nach der Seilrutsche greifen? Ich weiß es nicht. Oh, Bruder. Äh, ich bin gleich hier. Das könnte jetzt hier wehtun, wenn ich das hier nicht ordentlich angehe. Können wir bitte in dem Ding reinkommen? Ja, sehr gut. So ist gut, so ist richtig. Da wollen wir hin. Okay, sehr schön. Das hätte ja fast schief gehen können. Aber jetzt sehe ich das richtig, dass die Fläche, der wir jetzt gleich sind, sehr offen ist. Weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Aber ist okay. Wir haben eine ordentliche Waffe. Also, die würde gut Schaden machen, wenn wir da jemanden finden würden. Was haben wir hier? Nichts brauchbares, okay. Okay, so ganz offen ist sie nicht. So ein bisschen offen ist sie. Die Frage ist, gehen die Leute zu der Kiste? Aber die ist auch ein bisschen außerhalb auch. Aber hier ist viel zu offen. Oh mein Gott, ist hier offen. Ey, ey, ey. Wir gehen erstmal da zu dem Haus. Wir gehen erstmal hier zu dem Haus. Hallo? Na, jetzt. Noll. Das wollte ich haben. Nimm halt das Gold mit, meine Güte. Okay, dann ersetzen wir die durch die. Okay, dann sieht das doch ganz gut aus. Weil jetzt kann ich nämlich auch erstmal schön zoomen und gucken, ob ich jemanden finde. Da waren Schüsse. Vier Spieler noch. Vier Spielerchen noch. Und die erschießen sich gerade schon gegenseitig. Sehr, sehr gut. Macht ihr nur euer Ding. Drei Spieler noch. Neues Haus. Neues Glück. Wo ist Gras? Okay, das hat keine Treppe mehr, das Haus. Okay, scheiße. Schlecht. Wo ist der? Da oben. Fuck. Ah, so knapp. So knapp. Okay, egal. Passt. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Gut. Wir haben viele Missionen erledigt. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Passt so. Viel fehlt jetzt nicht mehr. Und dann haben wir alles aufgeholt. Sehr, sehr schön. Dann nehme ich noch einen Part auf und dann ist auch gut. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.